Sommer 20 Jahre später Na, wie war dein Morgen? Auch einen? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? Westend-Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir, wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Eben die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvor zu kommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Na, dann mal los. Was ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein scheiß. Wie sollst du hatten sagen, das war aus der Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Ja, da haben wir hier ein nettes Gespräch aufgefasst. Aber wir gehen jetzt zu Kontrollpunkt 5, bevor hier die Sperrstunde beginnt und wir da überhaupt gar nicht mehr reinkommen. Achso, alle Einwohner müssen stehen in der Lage sein, die sich aufzuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Es wird wohl wieder knapp. Na, Gott sei Dank ist der sauber. Und der andere auch. Die haben die Eiskarte umgebracht. Von wegen, ich gibt's nichts zu sehen. Zwei wurden umgebracht und wir fast auch. Ach du Scheiße. Ja, haben wir ja gerade mitbekommen. Das will ich auch hoffen. Sonst hätte ich euch aufs Maul geschlagen. Besonders du. Du hast mich hier so blöd von der Seite angemacht, Junge. Lass es gefälligst. Was ist denn los mit dir? Die ganze Truppe hast du werdet sich. Ich hab uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay. Okay. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Ich will sogar einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Ach du Scheiße. Na dann, fangen wir mal hier weg. Ab rein da. So, verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einen sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit Steuerkotz nach oben aus und halte dann R2 gedrückt, um zu verbinden. Alles klar. Dann machen wir das mal. So. Wir werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Herr Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Ich bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die war alt. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren schleif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Jo, bis bald. Ciao. Viel Spaß noch. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Oh ja. Anscheinend bedeutet das hier nix Gutes. Hi. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braucht sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Guck uns mal nur hier ein bisschen um, ja? Ob du hier irgendwas hast. Ja, ich komm gleich. Ah. Leidenschaftlicher Schachspieler. Ich komm ja schon. Ich helf dir mal. Wenn's hier nix mehr gibt. Nö. So. Dann wollen wir mal. Wir schieben das gleich wieder zurück, okay? Seid vorsichtig da draußen. Ja. Oder du machst das, ne? Oh Gott, das ist schlimm. Du sollst darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde nicht. Sehr schön. Endlich sieht man hier was. Ich guck mich hier erstmal um, ja? Ob's hier irgendwas zum Einsamen gibt. Aber das sieht nicht so aus. Wir können hier auch nicht sprinten oder so. Schade. Wir folgen dir mal unauffällig. So. Nach vorne bewegen, um zu springen. Wir sind noch mitten im Tutorial drin. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Sehr schön. Niemand hat was geklaut. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut fehlen. Oh ja. Hier in dem Spiel wird man sehr viel Munitionsmangel haben. Drücke, um nachzuladen. R2, während du zielst. Alles klar. Machen wir das mal. Okay, kann ich mal. Halt mir hoch. Jo, mach ich. Und. Hep. Ach, da hoch willst du. Alles klar. Darf ich auch hoch? Na los. Und. Hopsa. Sehr schön. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Find ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Anscheinend schon. Gucken wir uns hier natürlich auch um. Weil überall könnten ja Materialien sein, die nützlich sind für uns. Aber anscheinend wurde hier schon alles gehäubert. Jo. Hier haben sie einfach mal eine Mauer eingerissen. Wenn es den Leuten Spaß macht, wenn es den Leuten Spaß macht, die vor uns hier waren, dann ist ja okay, ne? Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Die muss ja ja irgendwo sein. Wo ist die Leiter? Das ist die Leiter, die auf den ersten Blick nicht finden. Hey, komm jetzt noch mal da drüben. Wo? Da drüben? Da ist er ja. Sehr schön aufgepasst. Gut, bring sie rüber. Jo. Tutorial freigeschalten. Zum Ansehen. Alles klar. Wir kriegen das auch alleine hin. So. Zack. Jo, komme. Hier liegen überall Ziegelsteine. Also, ihr seht schon. Die Apokalypse ist eindeutig ausgebrochen. Oh. Hier können wir was aufmachen. Leer. Leider Gottes. Das wird uns hier viel verfolgen. Dass wir hier uns hier umgucken. In den ganzen Häusern. In den ganzen verlassenen Häusern. Und Schubladen aufmachen. In der Hoffnung, dass irgendwas Brauchbares hier drin ist. Ja, und es bleibt ja nichts anderes übrig. Wir können ja nicht nach oben. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seines Willen. Hopfe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächste Monate. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja. Er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte. Sporen. Oh, Sporen. Ei, 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 ei. Das sind ja viele. Wo zur Hölle kommen die her? Wer war's hier sauber? Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ja, ich pass auf. Hier gibt's leider nix zum Einsammeln. Und hier sammeln wir durch. Da ist was. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Da. Da liegt der Grund. Warum hier Sporen sind. Jemand sollte die mal wegräumen. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Ja, sei lieber vorsichtig. Vorsichtig. Scheiße. Pass auf, pass auf. Hält mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? So. Ich glaub, du musst dich verwandeln. Mein Freund. Ich kann dir nicht helfen. Komm zurück. Nee, Kumpel. Ich muss dich lieber hier lassen. Denn jede Munition hier ist kostbar. Ich verschwende keine Kugel an dir. Da musst du schon selbst klarkommen. Okay? Bis später. Wenn du dann tot bist. So. Gibt es hier irgendwas? Anscheinend nicht. Nope. Hier lang geht's weiter, hoffentlich. Oder müssen wir den töten? Ich hoffe mal nicht, ey. Okay. Hier lang geht's. Lauschen. Wow. Was ist da denn? Na dann. Guten Appetit. Greifen. Und. Zack. Schlaf ein, mein Lieber. Schlaf ein. Der erste Kontakt. Mit Zombies. Oder mit Zombies. Die sich noch entwickeln. Es sind schon Zombies. Ach du Scheiße. Weg. Verschwindet. Stirbt. So. Der eine. Und der andere. So. Tot sind sie. Oh ja. Gehen wir zurück in die Stadt. Ja, aber erstmal hier ein bisschen umgucken. Weil ich glaub. Hier wurde schon alles geblündert. Dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Gehen wir hier lang. Oder. Ja, hier geht's hoch. So. Da geht's runter. Aber runter wollen wir nicht. Hier ist noch ein Raum. Aber. Hier liegt nichts. Hier ist nur eine Tür. Hier hört's auf mit den Sporen, hoffe ich mal. Da liegt was. Ein Verbandskasten und was zum Lesen. Schauen wir uns das mal an. Vergrößern. Lesen. Wir waren so nah dran. Mein lieber Bruder. Wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß. Ich werde die Zonen. Ich werde die Zonen nie von innen sehen. Ich hätte auf dich hören. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf. Mark. Und die, die da halt nicht hinkommen, weil sie schon vorher infiziert sind. Und frische Luft. Und frische Luft. Und frische Luft. Schaffst du's alleine? Sehr gut. Sicher den Eingang. Geht klar. Gut, dann laufen wir mal hier weiter durch. Ab nach da oben, sagst du? Alles klar. Ja. Hier gibt's auch keinen anderen Weg. Wie ist es weg? Verdammt. Ich hole es. Ja. Wir holen es mal für dich. Hier unten muss es doch irgendwo liegen. Es gibt nur einen Platz. Oder anscheinend liegt es hier unten, wo sie guckt. Ja, da liegt es sogar. Und hier kommen wir runter. Einmal und so. Wir geben es dir mal hoch, ja? Hier, nimm mal ab. Ja, mach ich. Ja, sie hat's ja geschafft. Was mit mir? Wie komm ich da jetzt so hoch? Einfach hochspringen, oder wie? Oder hilfst du mir? Ja. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Zu Befehl, Horst. Wir sind fast da. Ja, aber auch nur fast, ne? Ja. Erstmal hier schauen. Hier ist eine Treppe. Und hier kommen wir definitiv nicht hoch. Hier geht's lang. Erstmal hier nachgeladen. So. Und ab hier rüber. Und hier gibt's nix. Wieder an der frischen Luft. Wir müssen uns nachsehen, ob hier Soldaten mögen. Alles klar. Komm. Ja. Alles sicher? Sehr gut. Hier müssen wir uns wieder ducken. Gut, Leute. Das soll's auch mit diesem Part hier gewesen sein. Ich würde mal sagen, wenn's euch gefallen hat, dann gebt ihm doch hier in Part einen Daumen nach oben. Und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Wir brauchen den noch.